Wo kam das denn jetzt schon wieder her? So, irgendein geladen. Nein, nicht safe im Laden. Wo bitte kam das denn schon wieder her? Ja, ich bin tot und so. Ich hab's gegriffen. Nicht die Munition verschießen. Hau ab! Was zur Hölle? Ja, halt. Hau ab, Mann. Ich hab gern mal, dass dieses Ding mal stirbt. Geht das auch mal irgendwie? Und ihr verpisst euch mal. Da kommen schon die nächsten 2 Milliarden Zielerfassungsdinger. Da ist immer noch irgendwo eins. Und da kommen schon die nächsten. Ich hätte jetzt langsam nichts dagegen, wenn du sterben würdest, ne? Also langsam ist auch mal gut hier, ne? Ja, toll. Ich hab... Ich bin einfach da hinten. Ach, ja, Mann. Ja, ich bin tot. Ich hab's nie gemerkt. Vergiss es doch einfach. Ja, hallo. Ein Live-Left? Bist du mich verarschen? Ich hab das auch mehr als... Ein Live? Aber net. Ist das wirklich schon mein letztes Live? Hau ab. Also... Vorletztes halt. Na ja, ist... Das ist kein gutes Level-Design. Auch nicht für die höchste Schwierigkeitsstufe. Das ist einfach nur scheiße gemacht. Ja. Treff mich ruhig. Hast du schon recht? Ist das mal fertig mit deinen Scheiß? Tentakeln, Raketen, was auch immer. Ah, es verpisst euch doch mal. So kann ich das Vier gar nicht treffen. Mann! Ja. Ja, ist recht. Ist schon recht. Ist das bald mal fertig damit? Natürlich, er muss es noch einmal machen. Und mich der Mitteldeck natürlich brechen. Stirbst du auch irgendwann mal? Die hört auf, mich zu verfolgen. Das nacht mich. Hallo? Sterben? Sterben? Also nicht ich, sondern du? Das ist jetzt mein Zeug. Direkt über mir. Ach so, richtig, ja. Ich hab der kurz vor meinem Tod gespeichert. Ich stelle sich nur die Frage, ob ich da jemals wieder wegkomme. Mit meiner Ausrüstung wahrscheinlich ehrlich. Ich komme ja nicht mehr ohne meine Ausrüstung weg. Und da stößt der Scheiß schon wieder ab. Dann wenn ich doch ein Port programmiere, dann kümmere ich mich doch wenigstens darum, dass es nicht ständig abstürzt. Komm, wenn man ein paar mal lädt. Habe ich auch, ja. Ja, ich hab alles besopfen. Was zur? Hä? Sonst? Ach. Komm. Die Entwickler von dem Spielkorn auch geschlagen. Hau ab. Geh weg. Was? Vor den Konten ist doch auch nett. Mann. Snerv. Bist du weg? Was kommt wieder mit der Zielerfassung? Ja. Also. Sollst du die Scheißwache da nicht nehmen? Stirbst du jetzt mal? Ja. Sterben. 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 Aber dann geht die Munition aus. Hallo? Boah, es ist tot. Was? Ich glaube, es spinnt. Jetzt doch andere Gegner. Ey. Kann ich da wieder rauslegen? Kann ich da? Ich kann gar nichts mehr. Ich hab keine Raketen mehr. Ich hab keine Leben mehr. Ich hab keine Waffenmunition mehr. Ja. Jetzt lasst du euch treffen, Mensch. Toll. Tschüss. Ich komm da nicht raus. So ein Scheißdreger, ein dummer. Ja, komm. Das muss ich töten. Das muss ich töten, was ist Munition für mich? Das muss ich töten, damit ich meine Ruhe hab. Und was? Wo ist jetzt meine Munition? Hallo? Vorhin gab's noch Munition? Wo ist die jetzt? Oh, geht's denn da? Lang. Ach, ja. Ist ja gut. Kann ich da jetzt auch direkt rausfliegen? Ja, kann ich. Kann ich. Och, nö. Nein, da sind noch mehr Gegner. Geht's da oben vielleicht irgendwo mal raus? Ja. Ja. Ist jetzt auch mal gut, ne? Ein Kackspiel. Gebt mir Munition, Munition. Wo ist meine Munition, verdammt? Soll ich die bitte schon noch besiegen? Ich mein, ich hab vier ganze Leben gebraucht. Eine ganze Munition, die ich in vier Leben bekommen hab. Das ist eine scheiß... ...verfickte Mistding zu töten. Dann kommen noch mehr Gegner. Ich glaub, es hackt. So, wenn die mich einmal treffen, bin ich tot. Und ich muss die ungefähr zwei Milliarden Mal treffen. Dann soll ich jetzt besser keinen Fehler fliegen. Ich würde jetzt gerne Munition aufnehmen, aber dann müsste ich aus meinem wunderbaren Kreisflug raus. Und dann bin ich wahrscheinlich tot. Äh, komm schon. Ja, es wird nie langweilig. Das ist so unglaublich spannend. Alter. Das Ding hält ein wenig Eichfiel aus, oder? Ich will gar nicht wissen, wie viele Kugeln ich da reingeballert hab, bis es endlich mal gestorben ist. Jetzt kommen wir gleich noch mehr, ne? Naja, warum denn auch nicht? Wo geht's jetzt weiter? Das geht doch unten. Oder geht's hier nicht mehr weiter? Ist hier Ende endlich? Sieht nicht nach einem Ende aus. Ich bin jetzt schon wieder verarschen, will das Spiel. So. Mann. Oh, ne. Komm, da muss irgendwo mal Schluss sein hier. Ist langsam nicht mehr lustig. Dann geht's dir da lang. Ja, diesen Weg ist es harmlos. Und ich bin tot. Ey, du bist mal aus. Wäre ich doch ruhig gewesen. Wo geht's da noch lang? Wo bin ich hier? Und will ich hier überhaupt hin? Ich hab wieder keine Munition. Alter, ich stelle nie sich das vor, dass man das macht. Bitteschön. Zielerfassung. 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 Noch einen Schalter und dann war's. Mein Ernsthaft? Ich hab keine Munition mehr. Ich hab keine Leben mehr. Ich kann aber auch keine mehr woher nehmen. Hast du? Oh, jetzt spawnen da noch so ein Ding. Ich pack's einfach nicht. Boah, wisst ihr was? Leck's mich am Arsch. Soll ich dir noch Munition hernehmen, bitte? Ist ja toll. Ist ja schön, wenn das Ding mal sterben würde. Das schon mal funktioniert, ne? Einfach weiter im Preis fliegen. So, Nummer eins ist tot. Ich bin auch tot. Super. Hallo. Soll ich die Munition bitteschön noch hernehmen? Also, für die höchste Schwierigkeitsstufe ist hier definitiv zu wenig Munition. Zu wenig alles hier. Soll, ist hier noch irgendwo Munition? Nö, ne? Nö, weil... Pff, wozu auch, ne? Ich hab mir nur vier Leben gebraucht. Also die Munition von vier Leben, um das Ding da zu töten. Ja, da komm ich gar nicht mehr zurück. Sehr schön. Das ist ja noch nicht schwer genug, weil das Ding so töten. Nein. Müssen wir jetzt doch irgendwas nachschieben. Das wird's ja langweilig. Das wird's ja langweilig. Also... Ich hab die Porre aktiviert. wenn auch immer der mich jetzt bringt ich mir gerade auch nicht so wichtig hauptsache ich komme weiter das klingt nicht gut von hinten natürlich auch noch von vorne alleine würde ja nicht reichen und ich nehme nicht an dass der teleport auch direkt aktiviert ist ich einfach da rein und weiter gehen kann hältst du die ringer auf ich habe das gefühl als zieler fast zu sein super ich habe schon wieder keine munition mehr was ich persönlich als ganz toll einstufen würde super was soll ich denn hier jetzt machen gegen schalter oder das ist das da hinten ist das schalter nein das ist einfach nur ist da noch weiter nein da geht es nicht lang da geht es auch nicht lang da geht es auch nicht lang was muss ich denn jetzt noch machen die dinger wahrscheinlich nur noch töten was zu ja genau mal mal an das komplexe leck mich so schauen was das wieder aushält ja mal gar nicht an schluss jetzt die tastbelegung ausgedacht ja ja munition bla 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 oh ich habe volle munition ich bräuchte mal nitro damit es nicht immer so langsam geht hier ich stehe mal wieder auf dem kopf und ich weiß nicht warum so stehe ich schon nicht auf dem kopf nicht darunter fliege zum kotzen egal ich bin so langsam so kurve nur 12 so das und jetzt bauen der oder der mir fast gar keinen schaden macht sehr schön mitnehmen ja wie wurscht cool, Dingspunkt so, komm, flieg schneller, flieg schneller tschüss mir egal auf halt Teleporter war das ja der war jetzt hier glaub ich warte da nein falsches Heil natürlich natürlich, wie könnte es anders sein auf auf und dadurch total spannend jetzt kennen wir noch überhaupt nicht also ein Schild so ein dummer unsinn noch mehr gegner schnauze schnauze so gut ist weiter geht's so, da runter was soll ich noch sagen ihr kennt die welt schon 20 mal oder so gesehen so 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 runter runter geradeaus der Schalter macht wirklich gar nichts bis адц so tschüss 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 Oh, da hinten ist was mit Raketen gespawnt. Ach, egal. Turm. Irgendwelche anderes Gerümpel. Eine Sequenz ist vollständig. Weil ich die Gegner getötigt habe. Wenn man Gegner getötigt hat, dann geht es nicht. Zu. Auf zum Übergegner schlechthin. Was ist denn, du? Steht schon wieder auf dem Kopf. Wie machen die das? Haben die Magnetketten? Ist der Boden magnetisch? Äh, die Decke? Hm, das soll ja mal... Das töten sich gegenseitig sogar. Tschüss. Ich bin mal gespannt, was er jetzt aushält. Ach, ja. Äh, wie? So, tot. Hält ja überhaupt nichts aus. So muss das sein. So hättest du einfach an sein müssen. Tschüss. Hä, 14 Gold Pass? Warum auch jetzt 14? Da stehe ich nicht. Ob ich denn jetzt alle her? Naja, einmal Verarschung. Oh, dich fliege. Ich fliege mal da oben rauf. Es schießt... Boah, noch mehr von den Dingern. Ja, genau. Also das käme noch alles auf mich zu. Oh, jetzt kriege ich auch mal die Waffe, ne? Ja. Kann ich mich damit doch selbst töten? Wahrscheinlich ja. So. Da unten kann ich nicht rein. Da muss ich, glaube ich, auch gar nicht langen. Also das hier müsste ich nicht machen, wie es aussieht. Runder da. Okay, das habe ich ja auch ausgelassen. Ach ja, tschüss. Schöpst du mal? Danke. So, wir fliege jetzt mal schnell da lang. Ähm... Ja, da war der Raum. Hm. Da kann ich hier irgendwas machen? Ja, ich kann hier rauf fliegen und... ...und noch mehr Gold einsammeln. Schnauze. Hm. Hä, hatte ich eben nicht noch... Egal. Ist nicht wichtig für... Wo habe ich die alle her? Hä? Och. Oh. Judy ist flednach.